Doch die Lösung liegt viel näher als man denkt Ich warte einfach bis mein Nachbar pömt Dann schleiche ich mich heimlich in sein Haus Und lege ihm die Leiche einfach auf die Couch Scheiße, in meinem Keller liegt mir Leiche Ich bin's nicht gewesen, doch ich kann es nicht beweisen Scheiße, überall ist Blut, doch ich hab es nicht getan Wie werde ich sie los, sagt da jemand einen Plan?